Skizeit, Winterzeit ist für mich ein Label, wenn es um das geht, der heisst Altrausch. Es ist ein Label, das ich sehr gerne habe, wegen seiner Swissness und vor allem, weil er auch ganz schöne Details hat, die versteckt sind, aber ganz gut kann man brauchen, wenn man auf der Piste ist. Egal ob man Skifahrer ist oder Snowboardfahrer, in der Ski-Mode verschmilzt alles wunderbar. Ganz wichtig dabei ist aber, dass es bequem ist und nützlich. Ganz praktisch wird es, wenn es um das Ticket geht. Da kannst du nämlich schön im Ärmel innen tun, zumachen und dann sind die Piste frei. Du kannst einfach so drüber laufen und da gehen alle Türen auf. Dann gibt es den Schneestopper oder Schneebremser im Rücken, vor allem für die, die gerne schlitteln gehen oder eben anfangen sind und dann haben wir viel umgekehrt. Mit dem kann man wirklich so das verfestigen, dass nicht Schnee reinkommt im Rücken. Das kann man aber gut im Nachhinein auch wegnehmen. Dann gibt es für die, die gerne Musik hören, die kleinen Nösen, wo man den Kopfhörer rein tun kann. Da gibt es kein Knusch mit allem Drumherum, mit Schalen etc. Dann habe ich noch herausgefunden, dass, wenn es wirklich heiss wird, kann man auf der Seite ausmachen, die Achseln und somit auch schön durchlüfteln. Und ich bin überzeugt, dass wenn ich weiterfinde, wir weitersuchen, in diesen Jacken sicher noch ein paar lässige Überraschungen finden. Mittlerweile bin ich nochmal fündig geworden, was die Tasche betrifft. Ich habe noch mehr gefunden auf der Seite, also voll eine Überraschung mit den Jacken. Aber für die Frauen reicht das doch nicht damals ganz. Deshalb habe ich mir noch eine ganz lässige Bauchtasche genommen. Accessoires sind auch ein ganz wichtiges Thema im Bereich Skimode. Aber was mich fasziniert hat, vor allem ist die Dicke von den Jacken. Sie sind nicht mehr so die Dicke, die man früher hatte, je dicker, je wärmer. Sondern die sind effektiv wind- und wasserfest, als du dich wirklich bei jeder Schneewetterung bewegen und es passiert nichts und du bist genug warm angelegt. Es ist fast mehr ein System Schichtenlook, also dass du mehr Schichten anlegst, als irgendetwas, das ganz dick ist. Und nicht ganz unwichtig ist der Look auf der Piste. Es darf ruhig lässig sein und ein bisschen ausgefallen und da ist mir bei Altpress sicherlich ganz gut dabei. Accessoires machen auch viel aus. Falls Sie sich nicht alle wollen vom alten Skianzug trennen, aber er ist vielleicht viel zu einfach, dann sind natürlich die Accessoires ganz lässig. Mit dem kann man natürlich auch dort deinen alten Anzug mehr aufheben. Und ja, damit kann ich nur sagen, Hals und Beinbruch, alles gut, dass ich dich nicht in Piste.